so hier bin ich wieder mit einer neuen folge call of duty und ja jetzt haben wir ein straßen neuer kampf ja 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 da ist das zielgebäude tür auf der linken seite aufbrechen formieren längst wäre hier jetzt aber hier auf der rechten seite ladung zünden den rhein den rhein sicher was wechseln geh vor welcher sechsen mir gar nicht weiter placken haben wir was zu trinken leute die kann ich auch machen wie geht es runter ok hier fress mal ja die navi gab es he 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 schnubi de bubappara na hallo hehe jackson wirf eine blickgranate plumpf au au warte doch mal jetzt hört doch mal auf hier ich soll noch einen blickgranate werfen man warte hier hier na schön ja habe ich hier hoch wir müssen alle personen überprüfen und so alasad identifizieren hier ist er nicht kein zeichen von alasad hier hauptquartier hier reddok zielgebäude gesichert aber kein alasad over na bei mir bleiben verstand over achtung ich habe eben erfahren dass alasad einen halben kilometer höchstig von hier aus einer fernseestation sendet wir gehen zu fuß hin und erledigen das paket dort bewegung mit auto sind ja überall hier da oder was oder wie ich werfe mal gut ach der da oben ja ja einer war oben hab ich gerade noch gesehen der sagt manche vom auto 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 wie man aus dem weg drei kollegen kann er denn nicht hier von hinten nein alles in ordnung ja doch ja das habe ich schon mitgekriegt ja auch so auch schön nein der andere ist immer noch da so jetzt aber nicht mehr ja doch habe ich da wieder ein malo ja ja feind im ersten stock ok moment haben wir so ja weil die davon hinkommen so vorsicht mit dem feuer verbindet auf sechs uhr ok hier Nein. Moment. Oh. Äh. Weg, 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 weg. Ja. Au. Au. Na, natürlich muss ich in dem Moment nachladen. Ey, dann kommen wir ja von hinten drei. Wir können da wieder neue kommen. Ähm. Okay, das ist jetzt ja mal eine schwere Ecke. So, den hat sich in den Kopf erwischt. Aber ich bin schon hier hinter der Mauer, ey. Hm. So, schuh den Hals rein. Genau, einer weniger. Äh, warte mal. Aua. Kommt ja, ich jetzt, ja. Wart doch mal ab hier. Ähm. Feindliche Soldaten auf offener Fläche. Ja, ich sehe es doch. Aber na gut. Dann machen wir es halt eben so. Bleibt doch, ja, erster Stock hier. Wir wollen die auch danach gekommen. Können wir haben. Ähm. Ja. Nee, der lebt da noch. Äh, der steht jetzt wieder. Also, der da hinten. Da kommt Verstärkung. Ach, was du nicht sagst. Ähm. Feindliche Infatrie. Um im ersten Stock. Feuer eröffnet. Habi. Ich mach das mal so, ne? Dann würde ich hier mal vielleicht so ein. So. Und so. Bam, bam, bam. Ja, ich krieg ja was ab, Mann. Wir haben leider keine Dinger mehr. Jetzt wieder von hinten. Alter. Hallo, gerade in der Köln. Sag mal, von vorne und von hinten kommen jetzt. Die Schweine. Das war doch erst mal. Wie viele kommen denn da noch? Okay. Pass auf da. Und rennt dann noch gleich eine Granate rein. So, du Dödel. Noch mehr, oder was? Ähm. Hi. Wo denn? Was denn? Wie denn? Moment, was könnte ich denn? Pistole vielleicht? Können wir die eintaufen gegen? Wow. Der hat aber leider keine Muni mehr. Ah. Okay. Ich fahre. Na gut. Ähm. 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 Nee. Mein Feuer ist nicht gesperrt. Ja, wir bekommen Verstärkung. Hä, hä, hä. Au. Ach, da bist du. Mann am Boden hier. Ja, ja, Mann am Boden. Vorsicht, Kanate. Uäh. Und? Bäm. Wo ist da? Um ist einer. Moment. Natürlich fliegt das Ding vorbei. Es gibt zwar einen. Da fliegt das Ding vorbei, die Rakete. Äh, der Lauten ist da auch weg. Hallo? Ah, da kann man hier hochgehen. Nehme ich mal mit. Aha. Hier ist ganz schön viel Muni. Und Waffen. So, schweiß fernlisch. Oh, ich kann noch einen reinstecken. Das ist, also eine Granate. Gut. Da haben wir hier oben. Warte mal. Bäm. Ins Gesicht. In den Kopf. So. Sonst noch was? Nee. Geh ich erstmal wieder runter. Kabumm. Kabäm. Die Lippbämpänken. So, wo bist du? Wo seid ihr? Und überhaupt. Hui. Soll ich dir nach vorne gehören? Ja, ne? Ich komm mich hoch. Äh. Hm. Hier sind drei von denen. Aua, aua, aua. Das ist nicht mehr krass. Ach. Moment. Moment. Bei dem roten Auto. Wo ist hier ein rotes Auto? Faltkontakt. Oben im ersten Stock. Macht sie nieder. Ja, ja. Macht sie nieder. Alter, das ist meisternd. Eine Granate oder was? Faltkontakt. Bei diesen Ziegeln. Sieht östlich von uns. Äh. Früch. Und. Früch. Ich bin aber unten getroffen. So, jetzt oben am Kopfbereich. Sperrfeuer! Äh. Feindliche Infanterie. Bei diesen Ziegeln. Im Südosten. Feindkontakt. Oben im ersten Stock. Okay, dann las mal nach. Nehmt sie unter Beschuss. Hm. Wir bekommen Verstärkung. So, ich gehe da mal hier hin. Ich hoffe mal. Jupp. Das war der Raketenwerfer. Los geht's! Feinde! Bei dem roten Auto! Feier eröffnen! Marins! So, da läuft das. Oh, noch ein. Der Vorsicht. Der. Der lebt ja noch. Feind mit Raketenwerfer! Nein im roten Auto! Es ist nicht bei uns! Feinde für dich! Achtung! Ja auch! Und der auch. So halb, hier ist es aber ganz so. Ich halte auch gerade einen. Toll! In dem Moment, wo ich eine schmeiße, liegt eine dann vor mir und dann kann ich den ja nicht werfen, in dem Moment. Wir bekommen Verstärkung! Gut. Achtung, wieder kommen wir hier. Bei dem roten Auto, im Osten! Mann anbogen! Feinbeck ist halt ab! Nahe dem blauen Auto! Mannate! Halt attack! Nach dem blauen Auto! Oh! Das. Geht aber nicht hoch, ne? Einer weniger! Mann am Boden! Kontakt! Feindliche Soldaten! Bei dem roten Auto! Wird gucken, ob es hier lang geht. Hallo? Jemand zu Hause? Nein! Feindkontakt! Oben im ersten Stock! Äh... Vorsicht! Tragedenwerfer! Ah ja. Hm. Gebt Sperrfeuermänner! Knota! Ja... Aber ja. Gänie! Los, enemy Lewawr! Knota! Knota! Doch! Laden! Richtig. Hepp! Schauten! Die wir 아니AT, ist aber der linie! Bevorvable was handgelenk Dude für den wie benutzen! ution, in der kaputtenNoor! Du wegen der crisi! aber nur einer der wagen hat schluck auf ich wollte ja hier links versuchen aber das kann ja ich versuche jetzt zu gucken oben und unten und so im moment sehe ich keinen nein da kommen wir nicht durch ja doch im moment auch weiter weg aber hm wunderschön ich sehe moment nichts zielgebäude in sicht merkwürdig wir haben die tv station abgeschottet und umstellt gut in position zum stürmen gehen ähm aber hier rein und los gehen rein gehen rein los los ja doch ja doch boah feinde erdgeschoss hallo wenn welche da sind gern also kann man nicht hier rein nein nein kann die tür nicht öffnen hm gut gut was gab's hier was gab's hier ich habe auch ein Telefon Wasserfall, hätte ich auch gerne Warum denn? Palmen, hätte ich auch gerne Moment, ich nehme den nach oben Moment, ja, nochmal Na, das hier ist alles nur so Hey, auf Das war mutter Abacabula So Auch Wasserfall Mach einmal das Fante-Eck Abholt So Geben was an mich hier Autsch Oh, Vorsicht Ähm Ich schmeiße mal irgendwo hin Oh Nicht gut Eins, zwei Das ist ja richtig gefährlich Moment 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 So Die nahe Wo Dann schmeiße ich doch zurück Aua, Aua, Aua Aua, Aua Sind ja überall die Fächer Hier Ähm, okay, da ist noch ein Raum Hallo, hallo Mich vor den Händen, ja Einfach mal durch die Wand Begang hier Äh, kann ich ja nicht Ja Hallo, hallo geräten raum gesichert auf alles hat müsste im ersten stock sein okay habe mir drauf hier erhalten 4 link und ja da kommen unsere jungs und ein zeichen von al-assad in ordnung einfallen marines ganz ruhig ja ganz ruhig gott diese stimme mit alle hinterher wieso enden hier geht es nicht weiter was liegen hier paar hefte nein man weiß ja nie was so ein soldat am tag gemacht wenn er mal nicht zu knallen hat also mit seiner waffe dann knallt da was anderes kann hier die scheibe kaputt machen auch die blumen die pflanzen aber scheibe hält toll und hier eine radio getränkautomat gibt es eine kohle oder sowieso nicht vorsicht sechs uhr der wohl tag was ist um sechs uhr der 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 hei und gehst du hin die fliegen so schnell kann man gar nicht so schnell sehen hier wo gehen wir denn hin kollege wo gehen wir denn hin kollege wie heißt du ficker nein flicken 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 gern ich glaube er ist da drin ich höre ihn und los sicher sicher er ist nicht hier das ist eine aufzeichnung ja eins zu null für die militärische aufklärung ricks macht den scheiß aus verstanden ich habe eh was besseres kommando hier red dog kein zeichen von alassad das war eine aufzeichnung over ja verstanden kommando over marines sammeln wir haben einen neuen auftrag ausrüstung packen und bereit machen zum abzug los geht's ok zwei die vor im morgens w ab w nun auch sie habe her er ist in der letzten Folge so schalten sie die Feinde im Apartment aus ok aber das speichern wir und dann mache ich nächstes mal weiter bis dahin macht's gut Leute und bye bye